Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stickfight. Mit dabei habe ich den Sweeaky und den Leon und ich habe mal wieder etwas an den Einstellungen rumgespielt. Ich würde sagen, ja, fangen wir doch einfach mal an. Ich habe ein paar Waffen ausgeschaltet, aber dafür kommt besser, also nur die guten Waffen fast. Jo Alter, weg, weg. Ey, meine Waffen schauen doch nicht in das Loch rein. Alles klar. Jesus, Game of my life. Oh, der hat Walk-in-Lounger, der hat Walk-in-Lounger. Na? Wo bin ich? Hi! Bye, 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 bye. Headshot! Fuck this. Ich habe jetzt ein Auto-Pickup an. Wo bin ich jetzt da? Alles klar. Oh! 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 Okay. A black hole, a black hole. What? Ja! Ich, ich bleib da einfach weg. Ja, ich habe gute Waffen angeschaltet. Oh, oh. Ja! Easy! Alter, what the fuck? Das, das, das hatten wir noch nie, oder? Ja, ne, das habe ich ja extra anschalten müssen. Oh, scheiße, ich glaube, ich glaube, ich weiß, warum. Wie habe ich das genau überlebt? Was? Okay. Nevermind. Oh, puta, puta, ich schnippere dich weg, oder so. Das ist keine Sniper. Das ist keine Sniper. Ich will die Waffen haben, puta. Das ist eine Laser-Kanomete, die kannst du durch die Wand schießen, Junge. Ach so. Ja, das ist am Arsch. Oh, alter. Oh, war ein Sniper, alter. Ne, ne, das ist keine Sniper. Kann man sich gleich noch mal festgehalten? Könnte man sich überhaupt festhalten? Nein, man kann sich nicht festhalten. Wie kann man denn einen Wallchump machen? Indem du mir an springst und weiterspringst. Okay. Wo kann man sich Siegmann hat? Der steht im Eck. Bei mir steht es da. Ich bin der Host. Ähm, momentan hat, ähm, keine Ahnung. Nicht auf mich schießen, ich lese doch gerade. Ah, sorry. Äh, drei Punkte gelb, drei Punkte blau, ein Punkt rot. Ja! Wie habe ich das gewonnen? Wie habe ich das gewonnen? Wie kann das passieren? Ähm, ja, die Frage ist, woher hat es gelegen? Hä? Was war das? Ähm, block. Ach, nee! Inshallah! Oh, der lebt noch! Yo! Oh, okay. Irgend! Ich würde sagen, wir machen so noch bis ein, dass er den Punkt hat, oder? Alright. Was? Ich check das, ich check das, ich check das, ich check das. Ich check das, ich check das, ich check das, ich check das. Mille, meins. Dann muss halt bleiben. Was? Der nimmt das als Rocket Launcher, ist klar. war das jetzt dein erst? ey ich bin hier so ein Abstand es ist FFA-Gier ach, hat die Schnauze ich wäre 2 Sekunden tot gewesen shit mich hat der große Kreisel erwischt nein, warum ist er nicht gesprungen? ich hab ein B getreut und ich hab auf den roten geschaut ihr blockt das, ihr schafft es was ist denn so aufs Eis? so verdammt ich hab noch mal Power-Level ach ja 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 what the fuck ist da passiert? ich weiß nicht ja wenn wir das durchlasert ne warte 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 nicht angreifen ok wir spinnen doch nicht bis 10 Punkte nicht wie viel habe ich denn? nein uuuh ok doch wir wollen uns zu wissen das ist mir noch bisschen nein, der Pekno Nein, ich bin zu kohlen! Hallo Gira! Hi! Wie Leon da rumspiked! Ich will ne Waffe haben! Ah ja genau! OMG! Oh oh! Fuck! Leon, ich glaube in dir! Du kannst das machen! Wenn du wirklich willst! Ich fühle mich richtig! Ich fühle mich richtig! Oder was auch immer! Du siehst mich rollen! Die Hater! Hallo Gira! Hi! Wo bin ich denn? Ja! Der Laser! So eine Sekunde! Es ist egal, wir spielen jetzt weiter! Was ist da passiert? Ich bin spart am Morgen! Guck mal! Hallo! Oh ne! Nicht Sticky! Ich wollte die Waffe haben! Ne, 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 ne! So nicht! Ne, ne, ne! So nicht! Ich klebe da hinten an der Wand! Nein! Wie geht's euch? Wie geht's gut? Hey! Hey! Was war? Hey! Nein! Nein! Ich habe mich untergezogen! Oh! 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 Ja! Hey! Du bist ne Schande. Ja ich hatte keine Waffe, ich hatte die Schnauze. Wie kann denn der immer noch leben? Zwo, stirb doch mal. Das kannst du doch nicht geben. Ich steck einige Waffen einfach nicht. Das war einfach nur dumm. Achtung, er hat ne Waffe. Ich glaube, er weiß auch wie man damit umgeht. Ja. Das war's komplett. Das war's komplett. Kann ich mir nur anschließen. Meins? Das ist die Maegun, Junge. Alter! Alles ging gefühlt auf mich! Ja, was ist das? Bitte einen zoomen da auch noch mal auf mich, das ist doch eine... Ja, Vernichtung. Hey, die Waffe ist so... War das vielleicht ein Fehler von mir, nur die stärksten Waffen einzustellen? Ja, vielleicht! Hätte ich das machen sollen? Ja, vielleicht! Vielleicht! Oh, kalt's mal runter. Hoppala! Hahahaha! Hahahaha! Wow, ich leb noch! Was? 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 Okay. Die Waffe ist so OP, Alter! Ja, ich glaube, das ist echt die stärkste Waffe. Ne, ich bin das Sportler-Locker. Wo bin ich denn? Wow, easy. Hä? Hä? Was ist das für eine Minigun? Ne, die Snake Minigun. Ok. Do it, Suki, do it! Nein, nein, nein! Hahahaha! Komm schon! Ich hab gehofft, du schießt dich selbst raus! Ne, ne, da hab ich auch gepasst. Ja, da bin ich direkt gesmachtert, Alter. Ich bin gewohnt! Ich kleb irgendwo in der Luft drum, was soll denn der Kack? Ich kleb mir alle grad rum! Ja, Mann! Wie auch immer! Oh, oh! Wee, King Paul! Oh, Einer, dank mir! Hihihi! Ich hab mich selber gekillt! Ja, weil ich nicht gehofft hab, als die Dings kamen. Meins? Das hat jetzt keiner gesehen! Wo ist meine Waffe hin? Autsch! Hä? Auaah! Ich fühl den Schmerz! Oh, gerade noch so! Es ist doch Feuer gegen Eis! Gerade noch so! Ja, natürlich verliert Eis gegen Feuer, Junge! Hast du nie Pokémon spielten? Okay, Leute! Das war's mit dieser kleinen Folge Stickfight! Das Ganze hab ich wieder in, ja, mehrere Parts aufgeteilt! Wie es weitergeht, das seht ihr beim nächsten Mal! Und ja, schaut doch auf jeden Fall mal beim Swicky und beim Leon vorbei! Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Bis dahin! Und tschau!